So, hi und hallo mal wieder. Endlich wird es mal Zeit für mein versprochenes Video, was ich euch ja mal versprochen habe. Die Pokémon Online Codes, die ich immer gezogen habe aus meiner Pokémon Booster. Sie sind unbenutzt, garantiert, unbenutzte Pokémon Codes. Ich habe hier 20 Codes für euch. Also, holt euch schon mal was zu schreiben oder fotografiert es ab oder drückt immer wieder auf Pause und gebt sie sofort ein. Ganz egal wie. Hier zeige ich euch jetzt 20 unbenutzte Pokémon Codes. Wenn euch das gefällt und ihr möchtet gerne noch mehr davon haben, drückt einfach immer nur Daumen hoch. Dann werde ich demnächst noch ein paar Pokémon Online Codes fürs Online Kartenspiel präsentieren. Aber jetzt, passt auf. Na. Ich halte sie immer ein paar Sekunden für euch so hin. Wenn es euch zu kurz ist, dann drückt ihr immer wieder auf Pause. Na. Und wie gesagt, ich spiele das Spiel nicht. Deswegen, ich habe mal gesehen, so Codes kosten glaube ich 2 Euro das Stück. Und hier bei mir kriegt ihr sie umsonst. Könnt ihr mir dafür einen Daumen hoch da lassen. Umso mehr Daumen hoch da sind, umso schneller werde ich noch ein paar Pokémon Codes euch präsentieren. Könnt ihr mir hier mal kommentieren, welche Pokémons ihr damit freigeschaltet habt. Und wie weit euer Spiel damit ist. Ganz egal was. Ihr könnt ihr und ihr sollt ihr ruhig alles über das Pokémon Online Spiel posten. Ich habe mal schon einige gehört, die spielen das recht gerne. Es soll kultig sein. Wie gesagt, ich habe noch niemals reingeschaut. Weil die Zeit habe ich nicht. Um damit auch noch anzufangen. Aber so haben die Codes wenigstens eine Verwendung für euch. Müsst ihr nicht alle abgreifen. Könnt ihr ein paar überlassen und drunter schreiben. Für die anderen, welche frei sind. Ich weiß ja nicht, ob sie nur einmal benutzbar sind oder öfters. Könnt ihr mir ja auch mal ruhig kommentieren. Ob sie wirklich nur einmal gehen oder eben öfters. Und hier unten könnt ihr mal lesen, wo ich die Pokémon Codes her habe. Ja, ich hoffe, ihr habt immer an der richtigen Stelle Pause gedrückt. Und hier unten könnt, dass ihr die gleich eingehen könnt. Oder abfotografiert oder aufgeschrieben habt. Die Zeit, die habt ihr auf jeden Fall immer auf Pause zu drücken. Gleich haben wir es ja geschafft. Dann könnt ihr sofort online spielen. Ja, ich habe ja noch einige. Aber ich habe es euch ja mal versprochen. Jetzt habe ich die Zeit dafür. Dann mache ich das auch. Das hier ist der 19. Code, wenn ihr mitgezählt habt. Also wie gesagt, wenn euch das gefällt, lasst mal einen Daumen hoch da. Wenn ihr gerne davon noch mehr haben wollt, auch einen Daumen hoch. Würde mich sehr darüber freuen. Und hier ist es nun das 20. und letzte Pokémon Online Code. Gut, das waren sie jetzt nun. Wie gesagt, kommentiert mir alles, wie ihr es findet. Würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Guckt hin und schaut. Tschüss. Tschüss.